Heute sind wir wieder mit dem Pferd allein, also wie als ich, ich sage, ich rede von jemandem in der März. Ich muss meinem Psychologen fragen, was das bedeutet. Ich bin jetzt am Wochenende gefragt worden, wie man einem Hund Kunststücke beibringt. Zum Beispiel, über dich drüber springen. Das ist eigentlich ganz einfach. Zuerst muss der Hund einmal lernen, das Kommando hopp. Das heißt, ich nehme irgendeinen Baumstamm, der im Weg liegt oder irgendwas, was im Weg liegt, und lasse mit dem Kommando spring mit ihm drüber. Also, ich zeige ihm das vor und hupfe mit ihm so lange drüber, bis er von sich aus hupft. Das ist die erste Instanz. Jetzt weiß er, was hopp heißt. Die nächste Instanz ist also dieses Boxspringen, ist das Ziel. Bei uns bauen sich Übungen immer auf. Wenn er jetzt einmal verstanden hat, dass er über einen Baumstamm, ich habe jetzt natürlich keinen Baumstamm drin, oder warte, schau da. Komm, Fuzzi. Fertig. Fertig. Ferdinand. Geht's, ja? Danke. So, da ist ein kleiner Baumstamm. Fertig. Hopp. Ja, oder so. Fertig, komm her. So. Hopp. Jetzt verarschst du mich jetzt da. Halt, ich zahle ihn da Stücke höher. Und das hat er gehört. So. So, fertig. Hopp. Na, komm her. Nicht hier. Seid mal. Motiviert, oder was? Hopp. Ja, es gibt Hunde, die lernen im Schnee nun. Es gibt Hunde, die brauchen halt ein bisschen. Fertig. Hopp. Mein Hund zeigt heute, dass auch Hunde drinnen manchmal. Normal müsste ich das Video jetzt abbrechen, aber nein, wir stehen dazu. Okay, er wollte also nicht über den Baumstamm springen. So macht es, ja? Und der Hund sollte dann drüber springen. Also, warte, ich habe gesagt, springt es mit. Warte, nein, nein. Mein Fehler, muss ich mitspringen. Wenn es auf die Goschen hat und das Handy hieß, setz meine Zeugen, ich kann nichts dafür. Für die Versicherung natürlich. So, pass auf, den legen wir so her. Fertig, nein. So, da liegt jetzt ein Baumstamm. So, fertig, komm. Die eigenen Regeln nicht befolgen, geht gar nicht. Komm her. Da, komm her. Da, geht. So, fertig. Hopp. Super, Bursche. Also, ihr habt es gesehen, ihr springt mit dem Hund so lang drüber, bis ihr das Kommando so hopp, versteht, und dann springt der Alar drüber, ja? So, jetzt weiß ich mal, was das heißt. Die nächste Übung ist dann, fertig, stopp. Und dann, stopp. Seid ihr mal, verarschst du mich heute? Stopp jetzt. Lass seine Deportation. Stopp jetzt. So, die nächste Übung ist, ihr streckt euer Bein aus. Fertig, hopp. Gesehen? Und dann springt er über euer Bein drüber. Wenn er das einmal intus hat, dass er über euch drüber springt, dass auch der Körper für ihn jetzt kein Hindernis darstellt, dem er sich nicht stellen traut, dann brauchst du einen zweiten, weil das über deinen Rücken springt, wenn du die zusammenkauerst, da brauchst du einen zweiten dazu, weil der muss den Hund führen. Das heißt, jetzt brauche ich dann einen zweiten, das werde ich dann am Wochenende mit meiner Tochter machen. Die springt als erstes über mich drüber und er muss dann als zweites über mich drüber springen, dass er einmal sieht, was gemeint ist. Hunde lernen einfach viel leichter, wenn sie einmal sehen, um was es geht. Also alles, was du willst, dass der Hund tut, zeige ihm einmal vor oder natürlich im Optimalfall hast du einen Hund, der das schon kann, der dem Hund das zeigt. Aber Tricks, so wie bei mir, bauen sich auf, weil weil ich ihm gleich über den Fußtrüberspringer lasse, das ist schwieriger, über den Ostspringer ist einfach leichter und ich mag, dass meine Hund einfach mit Freude arbeiten. Ich versuche, möglichst wenig Druck zu geben und im Endeffekt auch mit wenig Kommandos. das Hopp ist halt, das ist jetzt kein schlimmes Ding, aber Übungen einfach aufbauen. So richtig Schritt für Schritt, bis die Übung dann nach vier, fünf Schritten wirklich so fertig ist. So haben wir ja auch die Übungen durch die Füße durchgemacht. Fertig? 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 Konzentration bitte. Fertig? 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 Da haben wir angefangen, Fertig? 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 Immer zwischen meine Füße. Das ist ein bisschen schwierig. Fertig? Sehr gut. Good boy. Da haben wir auch angefangen, dass er einmal zwischen meinen Beinen geht, auf Kommando, das macht er auch. Fertig? 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 Also ihr seht, er geht zwischen meinen Beinen, da kann ich nichts sagen, da bleibt er stehen, wenn ich stehen bleibt, da geht er, wenn ich gehe. Super Bursche! Das beendet die Übung immer damit, dass ich den Fuß über ihm drüber gebe und er ruhig stehen bleibt. Die Übung durch die Füße durchgehen habe ich so aufgebaut, dass er einmal zwischen meinen Beinen gegangen ist. Damit er da die Angst verliert, damit das Fern was ganz normales ist, zwischen den Füßen geht. Natürlich auf Kommando. Also es ist jetzt nicht planlos, wenn man Leute zwischen den Füßen rinnt. Das ist ein Unterschied. Und nachdem er da dann für das für ihn normal war, zwischen den Beinen zu gehen, dann habe ich ihn mit dem Leckerli durch die Füße durchgemacht. Und das war dann eigentlich, in dem Moment, wo du die, wie soll ich das sagen, nicht die Angst, die Unsicherheit von etwas Neuem genommen hast und der Hund mit den Beinen sicher ist, ist dann noch drei, vier Mal ohne Probleme Slalom gegangen zwischen den Füßen. Ohne, dass ich jetzt irgendwann Druck gemacht habe oder das habe ich alles allein geübt, da habe ich auch keinen zweiten gebraucht. Also diese Übungen könnt ihr ohne weiteres allein aufbauen. Überlegt euch jetzt selber Übungen. Es wäre spannend, wenn ihr Übungen einstellt, wie ihr die aufbaut. Ich werde mich einfach interessieren. Vielleicht kennt ihr etwas, was ich noch nicht kenne. Und ich würde unheimlich gern wieder etwas Neues dazulernen. Gut? Ja, Putzebär.